Wir haben wieder mal Klebemonstengeschenke bekommen, was uns sehr freut. Und die Spannung steigt, weil... Ja, also die Verpackung ist schon mal sehr schön. Wir haben hier zum Beispiel, ich halte es mal in die Kamera, ganz unscharf, wie war das so richtig professionell unboxed, nämlich dass es unscharf ist. Hier, also mit so einem schönen Aufkleber. Die Post von Klebemonstern. Ein Post von Klebemonstern. Also es kommt in einem sehr schlichten braunen Karton im DIN A4 Format. Ca. 40 x 20 cm. Genau, da kommt dann das erste Kuvert. Bitte, wenn Bargeld drin ist, das ist für mich. In einem schönen, ökologischen, mit blauer Engel Kuvert. Ach, lass mir das sein, ich finde das immer schön. Schüttelst mal, ob es sich bewegt. Ah, lieber nicht schütteln, das könnte ja sehr brechlich sein. Okay, okay. Ah, es lässt sich leicht öffnen. Spannung. Spannung, ja, man sieht es hat gleich eine Uta. Moment, hä? Nein. Wir verraten jetzt nicht, was es ist. Man muss das...